Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass wir denken, dass der Geist im Kopf stattfindet. Unser Körper informiert unser Gehirn viel mehr, als unser Gehirn unseren Körper informiert. Wenn man versteht, wie zentral der Körper diese Affekte hervorbringt, dann wissen wir auch, dass Emotionen nicht rein im zentralen Nervensystem stattfinden. Hey und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Bei uns geht es darum, sich mal zu fragen, hey, psychedelische Substanzen wie LSD, Psilocybin und Co., wie können wir diese wirklich einsetzen als Werkzeug zur Lebensverbesserung? Denn das ist doch etwas, was wir alle möchten. Und diese Substanzen haben eine ganz einzigartige Wirkung auf unsere Gehirnmechanismen, sage ich jetzt mal, auf die Art, wie wir denken und fühlen. Und sie können uns so ganz neue Perspektiven geben, die uns im Alltag bisher verwehrt geblieben sind. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch hier eingeschaltet. Heute möchten wir uns natürlich ganz tief wieder mit dem Thema auseinandersetzen, vor allem aber heute mit dem Thema Emotionen, und zwar mit meinem heutigen Gast David Manning. Erzähle ich dir gleich noch ein bisschen was dazu. Aber erstmal, was ich kürzlich übrigens gehört habe, das möchte ich dir mal erzählen. In Australien ist jetzt Psilocybin, also das in den Pilzen, und MDMA, also Ecstasy, für den therapeutischen Gebrauch legalisiert worden. Also steht zumindest kurz davor. Es wird jetzt auf jeden Fall passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt schon genau passiert ist. Also es ist echt krass. Von Australien hätte ich das jetzt überhaupt nicht erwartet. Aber wir sehen hier, wie die psychedelische Renaissance voranschreitet und auch große Schritte auf einmal gegangen werden. Und jetzt in den USA wird ja Psilocybin gerade in, ich glaube in Oregon ist es, glaube ich, wird Psilocybin jetzt soweit legalisiert, dass auch Menschen, die nicht eine schwere Krankheit haben, zu psychedelischen Zentren reisen können und in sich selbst mit Psilocybin reisen können. Also super interessant. Und auch wir in den Niederlanden, also bei Set und Setting Retreat, wir machen ja auch legale psychedelische Retreats. Und wir entwickeln unser Programm auch ständig weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel ein fünftägiges, fortgeschrittenes Programm rausgebracht. Also ein achtwöchiger Transformationsprozess für Menschen, die aber schon Psilocybin oder psychedelische Erfahrungen haben. Unsere anderen Retreats, also die, die wir normalerweise machen, die Prozesse, sind eher an psychedelische Neulänge gerichtet. Doch jetzt haben wir auch etwas, wo du, wenn du jetzt schon einiges Erfahrung mitbringst, mit verschiedenen Psychidekern, auf jeden Fall auch deine Tiefe finden wirst. Dabei wird es weniger einleitende Momente geben und insgesamt zwei Psilocybin reisen geben. Also eine auf Kreativität und Extroversion ausgelegt und eine auf Introversion und eine höher dosierte Erfahrung. Außerdem bringen wir noch mehr schamanische Elemente rein, wie zum Beispiel Kambo, Eisbad, Kakao-Zeremonie. Das heißt, wir erweitern unser Programm gerade für Menschen, die schon erfahrener sind mit Psychedelika. Wenn es dich interessiert, schau gerne mal bei uns bei setandsetting-retreat.com vorbei, wenn du bereit bist für diese besonders tiefe Erfahrung. Wie gesagt, nur für Erfahrene. Ganz wichtig, es ist natürlich nicht einfach nur ein Retreat, es ist immer ein Transformationsprozess. Das heißt, du musst da einige Wochen mitbringen, denn Psychedelika sind nicht einfach, weißt du hoffentlich, einnehmen und schon bist du verändert. Nein, wir müssen uns auch auf die Veränderung, die darunter wartet, einlassen können. Ohne die wird sich natürlich nicht viel verändern. Ohne die werden wir immer die gleichen Probleme in unserem Leben haben. Ohne die werden wir immer die gleichen Emotionen zu spüren haben. Und ohne die werden wir immer die Emotionen nicht spüren können, die wir eigentlich so sehr spüren sollten. Und genau das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, David Manning. Er ist gelernter medizinischer Masseur und Erfinder der Neo-Emotional Release Methode. Ich fand es super interessant mit ihm zu sprechen, denn er beschreibt meiner Ansicht nach sehr gut, wie das denn mit den Emotionen eigentlich funktioniert. Und wie es dazu kommt, dass wir sozusagen stecken gebliebene Emotionen in uns haben, dass wir manchmal emotional blockiert sind, dass wir nicht frei sein können, wer wir eigentlich sind. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich alle möchten. Doch da herrscht auch ganz viel Angst, wirklich hinzuschauen, was ist denn in uns noch drin, was ist in uns noch in Körper und Geist eingesperrt, was wir eigentlich nicht so gerne sehen. Ich fand es besonders interessant, wie er beschrieben hat in diesem Podcast, wie das eigentlich genau funktioniert, dass eine Emotion in uns abgespeichert wird. Also wir fühlen ja normalerweise Emotionen, dann kommt eine Emotion und dann entscheiden wir uns, nein, die möchte ich jetzt nicht fühlen. Was passiert dann mit der Emotion? Wird sie wirklich einfach gelöscht oder wird sie nur vorhin verlagert? Aber was passiert dann dort drin mit der Emotion? Was hat das auch mit unserem Körper zu tun? Können wir Geist und Körper trennen? Super interessante Themen und deswegen würde ich sagen, ich präsentiere jetzt dir dieses Gespräch. Denn deswegen bist du jetzt hier und ich verspreche dir, das wird dir auf jeden Fall etwas Neues mitgeben. Viel Spaß mit mir und David Manning. Lass uns ein Portal öffnen, David, habe ich auf jeden Fall Lust drauf und zum Start dieses in der Community Leben, auf Retreats gehen. Also sozusagen innerhalb des Systems kleine Systeme zu bilden, in denen alles wieder wie früher ist und so seine Batterien aufladen, um dann im System wieder leben zu können. Also oder wie ich es damals, ich habe früher auch in Hamburg gelebt, zumindest ein, zwei Jahre. Und da hatte ich auch immer so das Gefühl, wenn ich aus Hamburg rausfahre, weißt du, gerade mit dem ICE da nach unten Richtung Göttingen oder so, Hannover. Also auf einmal habe ich mich wieder so ruhiger gefühlt. Auf einmal haben sich die Batterien wieder aufgeladen. Und ich finde, eine Stadt ist ja wie so ein, also eine Großstadt ist ja wie so eine Verkörperung oder Abstraktion von unserem modernen Leben. Also sehr geballt. Da passiert eigentlich genau das, wie wir geworden sind. Und deswegen habe ich so das Gefühl, viele wollen wieder raus, viele wollen wieder aufs Land ziehen. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das meine Blase ist oder ob das ein genereller Trend ist. Nach was suchen die Leute da eigentlich, frage ich mich. Im Endeffekt suchen wir nach Ko-Regulation. Ko-Regulation ist das Wort, glaube ich. Also die Fähigkeit unserer Nervensysteme, sich aufeinander einzustimmen, ist eine grundsätzliche Ressource und grundsätzlicher Zugang, den wir als Menschen, als soziale Wesen haben. Und wir haben unsere Städte nach Funktion und nach materiellen Erfolg und nach Individualisierung aufgebaut. Wir begreifen langsam, dass allein in einem Apartment leben genauso ungesund ist, wie jeden Tag Alkohol zu trinken. Also wir begreifen langsam, dass wir wirklich soziale Wesen sind, die soziale Bedürfnisse haben. Und Ko-Regulation ist diese unglaubliche Fähigkeit, nicht nur sich aufeinander einzuschwingen. Und das hast du vielleicht häufig auch schon mal gemerkt, wenn du in eine Bar gehst oder wenn du, sagen wir mal, du bist auf ein Date zu zweit und dann kommt ein Dritter dazu. Das verändert die Dynamik unglaublich. Je nachdem, wer das ist. Vielleicht ist das eine super witzige Freundin und auf einmal entspannt ihr euch viel mehr und es rundet alles ab. Oder es ist so ein gestresster Dude irgendwie und auf einmal merkt man, die ganze Verbindung geht weg. Und das ist der Grund, diese Konstellation. Ich bin auch sehr vorsichtig, mit wem ich mich verabrede, mit wie vielen Menschen ich mich verabrede, weil die Konstellation, in der man sich verabredet, unglaublich viel ausmacht, über was da gerade entstehen kann. Welche Portale geöffnet werden, welche Gespräche stattfinden. Weil man will ja auch immer jeden einbeziehen, die Gefühle von den anderen berücksichtigen. Das heißt, wir fühlen uns ineinander. Das heißt, ich nehme dich in mir wahr und du nimmst mich in dir wahr. Und weil das so ist, weil du das ganze Leben rumläufst und andere Menschen in dir wahrnimmst, sind andere Menschen ein Teil von dir und die Menschen wiederum, du bist ein Teil von dem. Und unser Nervensystem ist quasi dieses riesen Kommunikationsorgan, was sich mit anderen Nervensystemen verbinden kann. Bedeutet, unser Nervensystem endet nicht in unserem Organismus, sondern wir formen ein kollektives Nervensystem. Wir formen und schwingen miteinander. Und wenn wir in einem einzelnen Apartment leben, wo wir quasi alleine wohnen und unsere Nachbarn gar nicht kennen und keine Ahnung haben, wer da über uns wohnt und unter uns wohnt, und wir aber trotzdem was von dem mitkriegen, dann wissen wir nicht, worauf wir uns einschwingen. Dann ist unser Nervensystem total verwirrt. Und wir fühlen uns auch nicht wirklich sicher, weil wir eigentlich komplett abgegrenzt sind. Also stell dir mal den Kontextgedanken vor jetzt einmal. Du bist da, wo du bist. Keine Ahnung, wer links neben dir wohnt, rechts neben dir wohnt, über, unter dir wohnt. Das ist eine ganze fremde Stadt. Die ist gerade vor deinem... Du bist in einer fremden Stadt. Und ein Nervensystem lebt in einer fremden Welt in dem Moment. Aber jetzt stell dir mal das andere Extrem vor. Du bist in einer Art vom Haus oder so, aber du weißt, wer neben dir wohnt, wer links neben dir wohnt. Du weißt, wen du triffst, wenn du auf die Straße gehst. Du weißt, wer unten wartet da. Du kennst den Bäcker. Du fühlst alle Menschen um dich herum und du kennst diese Menschen. Du hast dich mit denen auseinandergesetzt. Du fühlst dich sicher. Und auf einmal, das ist ein ganz anderer Kontext. Sein Nervensystem ist so, ich fühl mich viel sicherer. Der Raum der Sicherheit wird viel größer. Das Territorium wird als viel größer wahrgenommen. Und somit wird auch viel mehr Gesundheit und Sicherheit in deinem Körper vermittelt. Also deswegen... Man hat auch dann viel mehr so Sicherheit, sich mit den anderen verbinden zu können. Auch, also mir fällt so ein, wenn der Nachbar zu laut ist und man kennt den nicht, dann traut man sich nicht hinzugehen. Dann frisst man so in sich rein und irgendwann explodiert man, schreibt einen Brief oder so. Also habe ich schon erlebt, so was. Aber wenn ich die Leute kenne, dann kann ich dir einfach sagen, hey, du, könnt ihr da vielleicht nächstes Mal ein bisschen ruhiger sein oder so. Und allein das macht ja schon extrem viel aus. Und das erzeugt dann immer mehr Verbindungen. Aber es ist aber doch irgendwie... Ich erinnere mich, in Hamburg, da bin ich auch eingezogen. Ich habe gesagt, ja, ich werde meine Nachbarn, ich werde die alle, ich werde die kennenlernen, sodass wir uns zumindest kennen. Ist aber nie passiert. Ich habe es dann irgendwie doch nicht gemacht. Irgendwie habe ich mich nicht getraut. Irgendwie lebt man dann so in dieser Anonymität und man merkt, alle anderen leben in dieser Anonymität und keiner macht eigentlich einen ersten Schritt. Vielleicht ist es normal. Vielleicht wollen die anonym sein. Vielleicht haben die gar keinen Bock auf mich. Komm, ich bleibe jetzt einfach auch in meiner kleinen Wohnung hier. Und wir leben hier alle in unseren eigenen kleinen Raumschiffen. Und das ist okay. Das muss wohl so sein. Und wie machst du es eigentlich in Hamburg? Also du hast jetzt viel davon gesprochen, du lebst aber in einer Großstadt. Also was ist dein Geheimnis? Ich habe kein Geheimnis. Mein Geheimnis ist, ich gehe hier auch unter. Wenn ich ehrlich bin, ich ziehe jetzt um nach Portugal tatsächlich in ein großes Haus mit mehreren Menschen tatsächlich. Das ist mein Geheimnis. Also für mich, ich leide unter dieser Art und Weise zu leben. Und ja, und auch dieser große Druck, Partner zu finden und jetzt mit jemandem zusammen zu sein zu müssen und so weiter. Das kommt auch daher. Und das ist auch problematisch, weil der unglaubliche Druck, den wir haben, dass wir uns wirklich eigentlich einsam fühlen, lasten wir jetzt auf unseren Partner aus, der natürlich diese ganze Einsamkeit gar nicht für uns halten kann und soll. Und deswegen ist es wichtig zu untersuchen, was ist unser wirkliches Bedürfnis? Brauchen wir Community? Brauchen wir wirklich eine Partnerschaft? Ist es der Job, der stört? Ist es dies verstört oder das verstört? Oder ist es einfach, dass wir in einem Umfeld leben, das nicht für uns gemacht ist und wir einfach nur irgendwie copen gerade, anstatt wirklich in einem Frieden zu verbringen? Ja, wohin nach Portugal? Wenn ich fragen darf. Nach, in der Nähe von Lissabon ist eine kleine Stadt, die nennt sich Elisada. Ah ja, habe ich schon mal gehört. Ja, doch. Nördlich, oder ist es? Nördlich von Lissabon? Ja. Ja, cool, habe ich schon mal gehört. Ja, ich war auch mal in Portugal. Ein paar Monate, ist auf jeden Fall schön da. Lass uns doch mal jetzt, wo wir hier mal ein bisschen, überall so ein bisschen reingegangen sind, jetzt in das unterliegende oder in das fundamentale Etwas reintauchen, das unter all dem liegt, was uns Menschen ausmacht. auch das sind Emotionen, Gefühle. Ich habe ein interessantes Zitat gehört, im letzten Buch, We feel before we think. Das heißt, bevor wir überhaupt denken können, können wir ja schon fühlen. Also es ist ja Grundpfeiler unserer Realität. Und du beschäftigst dich ja sehr viel mit Emotionen und hast ja auch eine eigene Methode entwickelt. Kannst ja vielleicht gerne mal sagen, wie die genau heißt. Ich glaube, Emotional Release, Neo, Emotional Release Methode. Und vielleicht können wir da jetzt mal reintauchen und du einfach mal die Story vielleicht dahinter erzählen. Wie bist du zu diesem Thema emotionale Regulation, Emotional Release, Wie ist es zu dieser Methode überhaupt gekommen, zu dieser Arbeit, die du heute machst? Ja, also grundsätzlich, wir sind ja spürende Wesen, wir sind fühlende Wesen und wir sind denkende Wesen. Und weil wir so viele Facetten haben, so viele Dimensionen, auf denen wir existieren, wurde mir auch schon relativ früh bewusst im Leben, dass irgendwas fehlt. Die Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, wie wir Menschen behandeln. Ich war lange, stand vor der Wahl, Psychologiestudium oder mache ich eine medizinische Masseurausbildung. Ich habe mich dann für die medizinische Masseurausbildung entschieden und bin dem Körper gefolgt. Und während ich dem Körper gefolgt bin, habe ich in Krankenhäusern gearbeitet, auf der neuronalen Station, ganz viele verschiedene Arten von Dysfunktion gesehen. und langsam fing so die Neugier an. Die Neugier, dass ist das wirklich alles? Es sind muskuläre Blockaden, reine strukturelle Dysfunktionen des Körpers. Ist der Körper eine Maschine, die dann einfach nur blockiert? Und was ich aber gesehen habe, als ich viele Patienten behandelt habe, ist, dass im Endeffekt, dass wenn ich Patienten behandle und ihn frage, was fühlst du eigentlich, was spürst du in deinem Körper, wenn ich hier drücke? Und wenn die diese Emotionen identifizieren konnten, dass es ganz häufig zu einer ganz krassen emotionalen Reaktion kam. Und das hat mich wirklich überrascht. Aber das Überraschendste an der Sache ist, dass wenn, während ich den Punkt im Körper gedrückt habe, dass nicht nur diese emotionale Reaktion entstanden ist, sondern auch sich dieser Punkt extrem entspannt hat. Und ich meine entspannt auf eine Art und Weise, wie als hätte ich ihm zwei, drei Sessions, vier, fünf Sessions gegeben. So entspannt, als hätte ich gerade stundenlang ihn hier massiert. Obwohl es innerhalb von einer Sekunde angefangen hat zu entspannen, sobald die emotionale Reaktion zugelassen wurde. In dem Moment wusste ich, warte mal, hier gibt es irgendeine ganz krasse Verbindung. Irgendwas passiert ganz dramatisch im System, sobald emotionale Affekte ausgedrückt werden. Und da habe ich begriffen, dass das, was wir Trägerpunkte nennen, das, wo auch in der chinesischen Medizin, wo wir Zugang haben zum Körpersystem, diese ganzen Punkte, das sind eigentlich Zugangspunkte zu unserem Bewusstsein. Lass mich einmal den deutschen Skeptiker kurz rausholen. Kurz, um eine Challenge kurz reinzubringen. Weil ich persönlich bin auch sehr davon überzeugt. Aber wie kann man das sich vorstellen? Warum soll eine Emotion, die ja eindeutig in meinem Kopf stattfindet, warum soll die sich in meinem Körper überhaupt festsetzen? Was für einen Grund hat das? Was für einen Vorteil? Warum sollte der Körper Emotionen aufnehmen, die doch eigentlich auch im Geist stattfinden könnten und dort bleiben könnten? Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass wir denken, dass der Geist im Kopf stattfindet. Wir setzen Geist und Kopf gleich miteinander. Wenn wir uns das Nervensystem angucken, dann erkennen wir, dass 80% von den Nervenbahnen sind afferent. Das bedeutet, zum Gehirn hinführend. Bedeutet, der Körper hat 80% der Nerven führen zum Gehirn hin. 20% sind afferent, führen vom Gehirn weg. Bedeutet, es gibt einen riesen Highway an Informationen, die vom Körper ins Gehirn gefüttert wird und eine ganz kleine Seitenstraße, die Informationen vom Gehirn in den Körper bringt. Das heißt, der Körper ist viel lauter als unser Gehirn. Unser Körper informiert unser Gehirn viel mehr, als unser Gehirn unseren Körper informiert. Das muss man erst mal verstehen. Und wenn man versteht, wie zentral der Körper diese Affekte hervorbringt, dann wissen wir auch, dass Emotionen nicht rein im zentralen Nervensystem stattfinden, sondern auch Affekte finden im ganzen Körper statt. Das sind Impulse, die vom Körper auch ins Gehirn gehen und dort interpretiert werden. Das ist richtig. Aber sie finden nicht alleine im Gehirn statt. Sie werden dort auch interpretiert. Dazu muss man sagen, was ganz wichtig zu verstehen ist, die Frage, warum unterdrückt auch der Körper überhaupt Emotionen? Wieso sollte der Körper überhaupt Emotionen speichern? Und der Grund dafür ist im Endeffekt, dass es ein Überlebensmechanismus ist. Wenn wir in einer Situation sind, die überwältigend ist, die zu viel ist, eine Situation, die wir einfach nicht verarbeiten können, weil wir uns nicht sicher genug fühlen, sagen wir, ein Autounfall ist ein klassisches Beispiel oder aber auch einfach eine sehr stressige Zeit. Wir verbringen dann viel von unserem Bewusstsein in einem sympathischen Zustand. Bedeutet, unser Nervensystem ist in einer Stressresponse verhaftet. Bedeutet, mehr Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet und Zytokine werden ausgeschüttet. Dieser Stress, der da stattfindet, führt dazu, dass der Körper mehrere Inflammationsprozesse durchmacht, dass sich Blutgefäße, die Wehen und Arterien zusammenziehen, dass sich organisch die Faszien, also das Bindegewebe, was in allen Organen ist, in allen, in jedes Organ durchdringt und umhüllt, dieses Bindegewebe Faszien ist kontraktil und nicht nur kontraktil, sondern auch hochsensibel, das heißt neurozeptiv, das reagiert auf thermale Reize, Wärme, das ist nozizeptiv, bedeutet reagiert auf Schmerzen und kann allgemein auf Lenkveränderung reagieren, das heißt, es ist ein empfindliches Organ, ein Matrixorgan, was den ganzen Körper ergibt. Dieses Organ reagiert höchst sensibel auf Adrenalin und Cortisol, verspannt, das sind sozusagen kleine, sozusagen Gewebezellen, die nennen sich Myofibroblasten, die spannen sich innerhalb von Millisekunden an, die in diesen Faszien stecken und die, wenn die halt verharren, das heißt, wenn wir in einer Stresssituation verharren, dann bleiben diese Myofibroblasten kontraktil, die bleiben unter Hartspann und dieser Hartspann heißt, ist organischer Hartspann, dieser Hartspann findet in und um die Organe statt, findet nicht nur im Muskulär statt, sondern in unserem Körper, wortwörtlich, nur auf eine Stressreaktion. Und wenn dieser Hartspann bleibt, dann bilden diese anderen Zellen, die nennen sich Fibroblasten, die bilden wiederum mehr vermehrt Kollagenfasern. Diese Kollagenfasern sind so ein bisschen wie Stahlkabel für unser Bindegewebe. Die halten und machen unser Bindegewebe so ein bisschen wie so Narbengewebe fest. Die halten das ganz doll fest und machen das schön, dass das nicht wieder auseinanderfällt. Das sind aber dann im Endeffekt, was wir dann am Ende Verhärtungen nennen. Unsere Verhärtungen sind myofaszial in unserem muskulären Gewebe, sowohl als auch in unseren Organen vorhanden. Zusätzlich dann werden die Nervenbahnen, welche auch kontraktiles fasziales Gewebe behalten, eingeschränkt. Unser Lymphfluss wird gestaut. Unser Lymphfluss ist das, unser Abfallsystem. Das heißt, das sorgt dafür, dass wir Waste aus unserem Körper entfernen. Das wird gestaut, weil auch das venöse Blut, wie gesagt, die Venen werden ja auch kontraktil. Das heißt, dieses Blut staut sich in den Organen. Es wird nicht leicht abtransportiert. Somit auch die Lymphe wird nicht leicht abtransportiert. Und natürlich, die Fasze ist ein Matrixorgan, was auch Lymphgefäße umgibt. Und somit werden sämtliche Systeme im Körper in ihrer Funktion verhindert. Nur wegen Adrenalin und Cortisol. Zytokine hingegen wirken aufs Immunsystem, fördern Inflammation im Körper. Global tatsächlich. Also fördert Inflammation und verhindert, dass unsere Killerzellen, also unsere Abwehrzellen, Tumor, Krebs, Viren und Bakterien bekämpfen. Also somit wird nur durch Stress eine unglaubliche Verhinderung im Körper verursacht, wirklich mit Krankheitserregern, mit Funktionen und mit allen möglichen Umwelteinflüssen umzugehen. So, das ist jetzt verständlich. Aber was hat Stress mit Emotionen zu tun? Das, was wir verstehen müssen, ist in dem Moment, wo wir eine schmerzhafte Erfahrung machen, wir werden verletzt. Wir werden emotional verletzt. Wir machen eine schmerzhafte Erfahrung. In dem Moment können wir diese schmerzhafte Erfahrung gar nicht verarbeiten. Wir verarbeiten vielleicht 10% von diesem Erlebnis. Unser Körper-Geist-System ist so genial. Es kann sich schützen vor Schmerz. Wow. Problem ist dabei, dass diese Erfahrung, und das ist ja eine verkörperte Erfahrung, das heißt, du bist ja in der Situation, deine Freundin bricht mit dir ab, macht Schluss mit dir. Du bist, du hörst diese Nachricht. In diesem Moment wirst du ja, machst du eine Erfahrung, eine verkörperte Erfahrung, willst du dir Dinge verarbeiten. Dieser ganze Verarbeitungs-Verdauungsprozess der Realität wird angehalten. Deine emotionale Verdauung wird quasi gestoppt. Und in dem Moment wird alle Gefühle, Gedanken und Sinneseindrücke, somatische Empfindungen, werden alle gespeichert und gefroren in deinem Nervensystem, im Hypocampus, wo episodische Erinnerungen gespeichert wird. In dem Moment, wo das gespeichert wird, werden alle diese Affekte, die Empfindung, die Gedanken, die du da gefühlt hast, die Gefühle, die du gefühlt hast und das ganze Paket an Erfahrung, was da gemacht wird, wird mit der Erfahrung zusammen als Bedrohung abgespeichert. Das heißt, die Emotionen, die du damals gefühlt hast, sind jetzt als Bedrohung intern wahrgenommen. Und der Körper kann nicht unterscheiden zwischen einer Bedrohung, die im Außen stattfindet, oder einer Emotion, die wahrgenommen wird. Das heißt, der Körper behandelt deine Emotion als eine Bedrohung und fängt deswegen an, Stress zu empfinden und speichert und schützt sich im Endeffekt vor der Emotion. und deswegen läuft es durch diese verschiedenen Zustände von Kontraktion, von vermehrten Erregungszuständen und entzündungserregenden Proteinen und den ganzen physiologischen Abläufen damit einhergehen. Zusätzlich wird im Gehirn, das kann man wirklich beobachten, werden die Netzwerke, das ist auf einer neuronalen Ebene, die vorher miteinander kommuniziert haben, die vorher vielleicht einen kräftigen Dialog mit sich geführt haben, abgespalten. Das heißt, das Erlebnis und die Netzwerke, die mit dem Erlebnis einhergehen, fangen an, weniger miteinander zu kommunizieren. Die fangen an, asynchron zu feuern. Das kann man wirklich sehen, dass vorher ein synchrones Feuerungsmuster von diesen Netzwerken, die zusammen kommunizieren, die zusammen miteinander sprechen, stattgefunden hat, dass er auf einmal in ein asynchrones Feuerungsmuster rüber wechselt. Und das verbraucht, abgesehen von den ganzen Entzündungsreaktionen, von den Kontraktionen in dem Gewebe, von der Verminderung der Funktion der Organe, von dem Blutstau, dem venösen Blutstau, von den verminderten Funktionen der Lymphflüssigkeit, das kostet mehr Kalorien für den Körper. Es kostet uns wortwörtlich mehr Energie zu existieren in einem gespaltenen Zustand, wo wir unsere Wunden nicht verarbeitet haben. Ja, sehr schön. Danke für die Beschreibung. Und die Beschreibung trifft auch sehr genau, also ich konnte es sehr auf mich persönlich auch so anwenden, auf meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Psychedelika, bei dem man ja dann, oder bei solchen emotionalen Release Erfahrungen, bei denen man quasi dann wieder in eine alte abgespeicherte oder abgespaltene versteckte Erfahrung eintaucht und dann musst du nichts mehr machen. Du musst nicht mehr denken. Du musst jetzt nicht mehr überlegen, was mache ich als nächstes? Ist es wie? Als ob sich ein alter Film abspielt oder als ob ein alter Film du endlich wieder auf Play drücken konntest, weil er so lange pausiert war und dieses Pause drücken oder dieses Pause halten kostet viel Energie und danach, deswegen auch Release, fühlt man sich dann plötzlich viel befreiter, als ob also ich hatte da auch schon so Erfahrung, als ob man geheilt ist davon, so fühlt es sich an und das ist genau die Erfahrung, über die ich jetzt auch mit dir sprechen wollte, weil ich finde das so, da wird einfach nicht so viel drüber gesprochen, es hört sich auch fast schon magisch an oder so Hokuspokus oder sowas in der Art und ich persönlich bin auch schon ein rationaler Mensch, aber es passiert wirklich und immer mehr sehe ich dann aber jetzt auch, wie es eigentlich jeder Mensch sowas hat, also jeder Mensch erfährt in seinem Leben genau diesen Prozess, den du gerade so schön beschrieben hast, ganz vielfach in seinem Leben, indem wir Dinge wegsperren, abspalten, nicht ausleben lassen und dann entstehen halt Schmerzen auf irgendeine andere, also irgendwie muss das halt raus, irgendwie drückt es dann irgendwie durch, egal ob es jetzt mentaler Schmerz ist oder physischer Schmerz und ich bin da voll, ich bin hyped, das ist jetzt irgendwie neu, so in unserer Kultur habe ich so das Gefühl, dass es kommt. Ich glaube, was Leute begreifen müssen, ist nicht nur das, ja, du hast eine schmerzhafte Erfahrung gemacht und ja, du hast sie nicht verarbeitet und ja, ich kann noch so leben, ja, du kannst, natürlich kannst du so weiterleben, aber was du nicht begreifst, es ist nicht nur eine schmerzhafte Erfahrung, die du da verloren hast, du hast dich verloren, du bist diese Erfahrung, das ist ein Teil von dir, der da nicht in dir leben kann, der nicht Teil von dir integriert wird, du läufst rum als halber Mensch aufgrund von diesem, von diesem Mechanismus, das heißt, es geht hier um dich, dein Körper spiegelt dir die ganze Zeit, dass dir ein Teil von dir fehlt, dass du dir ein Teil von dir selbst verwehrst, der mit dir unbedingt, desperately wieder und ganz verzweifelt mit dir wieder verschmelzen möchte und das ist glaube ich das, was so unglaublich magisch an dieser Arbeit ist, ist, dass wir werden mehr ganz, wir kriegen mehr Energie und dann wundern sich Menschen, warum, warum habe ich so wenig Energie, warum schaffe ich meinen Alltag nicht, warum das, weil wahrscheinlich, weil du gespalten bist und sehr viel von dir gar nicht existieren darf in deinem System, das heißt, diese Arbeit ist, ist so besonders, weil es geht um uns, es geht darum, als ganzer Mensch hier zu sein, ein Mensch, der hässlige Seiten hat, der traurige Seiten hat, der wütende Seiten hat, der verletzlich ist, ein Mensch, der sexuell sein darf, der ein ganzes Spektrum an Menschlichkeit ausleben darf, darum geht es hier und diese Range als Mensch für sich zu erforschen und da reingehen zu können, das Ziel von Trauma Heilung ist ein flexibles Nervensystem zu haben, ein Nervensystem, was diese ganze Range, dieses ganze Spektrum, was wir sind, hosten kann, dieses ganze Spektrum, was wir sind, zulassen kann und Psychedelika sind ein unglaubliches Werkzeug, um unsere innerliche Defragmentation zu beschleunigen, Defragmentierung ist im Endeffekt das, was passiert, wenn wir im Laptop vereinzelte, lose, fragmentierte Dateien löschen und wieder zusammenfügen und das Gleiche passiert in der Psyche, das Gleiche, Anteile, verlorene Anteile von uns müssen wieder zusammengefügt werden, weil sonst läuft der Computer langsamer, sonst ist die CPU belastet, weniger Speicherplatz ist da und wir sind eigentlich in so einem halblebenden, halbtoten Zustand, anstatt wirklich voll und ganz präsent zu sein mit dem Leben an sich, mit der Erfahrung an sich und deswegen ist das eine unglaubliche Arbeit, eine ganz heilige, wichtige Arbeit, die so tief und so intim ist, dass so viele Menschen auch Angst davor haben, weil es so persönlich ist, es geht, wenn du ein emotionales Thema hast, wenn Leute hören, oh meine Krankheit hat gar nicht mit, nicht nur mit Vererbung zu tun, sondern es hat was mit meinen Entscheidungen zu tun, es hat was mit meinen Lifes dazu, es hat was mit Emotionen zu tun, das ist ein sehr kritischer Punkt für viele Menschen, einfach aus dem Grund, weil vor war es ja erst war ja die Genetik oder ja, es war ja das, es war das, vielleicht sogar das Rauchen ist noch vielleicht okay, aber zu sagen, nein, du, du bist die Krankheit, du und deine Emotionen erzeugen diese Krankheit, dann hat das was mit dir zu tun, das geht direkt in dir, du kannst nicht mehr rausgehen und etwas anderes dafür bleiben, du musst komplette Verantwortung für deine Emotionen in deine Innenwelt und es fordert von dir Verletzlichkeit, etwas was unglaublich schwer ist für Menschen zu geben, aber es ist es einfach wert, im Endeffekt, wenn wir diese Verletzlichkeit geben, diesen Mut haben uns zu zeigen, mit unserem Schmerz und zu zeigen, es ist okay diesen Schmerz in sich zu tragen, diese Emotionen in sich zu tragen, diesen Mut haben, dann heilen wir, dann heilen wir kollektiv und das, dann ist das Wort Heilung auch angemessen zu benutzen, Heilung ist nicht, ich mache eine Creme auf meine Haut und dann sind die Symptome weg, Heilung ist das, was ich gerade beschreibe, es ist der Defragmentierungsprozess, der psychosomatisch stattfindet, wo der ganze Geist-Körper-Komplex mit einbezogen wird und einen intensivsten Integrationsprozess hinter sich verstreckt, wo wir wirklich seelisch, körperlich, geistig wieder ganz werden. So ein bisschen das Pflaster abreißen und jetzt dann natürlicherweise zuwachsen lassen oder was heißt natürlicherweise, aber jetzt eben die Möglichkeit geben, dass jetzt Luft wieder ran kann und das tun kann, was jahrelang nicht möglich war, wenn ein Pflaster drauf war. Es hat schon funktioniert irgendwie so, man kommt durchs Leben, aber es fühlt sich nie ganz an und das ist so für mich und dich oder für manche, die ich kenne, vielleicht auch natürlich irgendwie mit den ganzen psychedelischen Erfahrungen, die ich gemacht habe oder den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, aber ich glaube für viele ist die Frage, wie fange ich eigentlich mit sowas an? Wie kann ich anfangen zu defragmentieren? Also sollte ich jetzt eine Ayahuasca-Zeremonie machen oder mache ich eine Meditation? Also was würdest du so empfehlen? Wie kann ich anfangen, die Sachen überhaupt erstmal zu finden in mir? Wie komme ich da ran? Das ist gar nicht so einfach. Genau, es gibt da auch gar keine globale Lösung. Natürlich ist Meditation sehr bekannt. Ayahuasca ist eine Möglichkeit. Alles sind Möglichkeiten. Ich glaube, bei der Meditation, Meditation ist eine ganz goldene Lektion, die vom Anfänger bis zum Meister hin relevant sind und alle aber trotzdem halt manchmal nicht das ganze Spektrum an Gefühlen wirklich adressiert. Und somit finde ich eine emotionsfokussierte Arbeit extremst wichtig, weil du gerade in der Meditation eigentlich eher versuchst, eine Stille mit dem zu finden, was ist, aber nicht wirklich explorierst, was ist. Diese ganze Fülle, dieses ganze Spektrum an Emotionen, an Verdrängung, was du in dir hast, was das ist, explorierst du ja nicht in einer Meditation. Das heißt für mich, emotionsfokussierte Arbeit ist ein unglaublich guter zweiter Schritt, nachdem man Meditation kennenlernt und ein unglaublich guter Schritt vor psychedelischer Arbeit, weil wir da tatsächlich schon mit unserer Psyche in Kontakt kommen, ohne Einwirkung von fremden, sag ich mal, Wirkstoffen, sondern mit unserem reinem Körper-Geist-System, was eigentlich sich versucht, weiterzuentwickeln, aber von unserem Lifestyle, von unseren Umständen und der nicht gegebenen Sicherheit gebremst wird, sich wirklich weiterzuentfalten. und diese innere Entfaltung zu gewährleisten, die natürlicherweise stattfindet, weil es das ganz Natürliche ist, also du musst wirklich verstehen, Emotional Release ist so natürlich, es ist sowas Unglaubliches, es ist kaum eine Technik, es ist einfach ein präsentes Dasein teilweise, ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, die Raum hält für diese Körperintelligenz, wie du gerade gesagt hast, somatische Intelligenz, die sich entfalten will in ihren Rhythmus, sie hat einen Rhythmus und die versucht die ganze Zeit, sich selbst zu organisieren und wir können diesen Rhythmus füttern mit Meditation, wir können den Rhythmus füttern mit Workshops, mit Trainings, mit Ayahuasca, darum geht es im Endeffekt, anzuerkennen, dass wir in einer inneren Evolution stecken und dann anzufangen, diese innere Evolution zu katalysieren mit diesen richtigen Erfahrungen und Emotional Release ist einfach super, um dieses Spektrum an Menschsein wirklich kennenzulernen und das ist auch wirklich da, wo sich ganz viele Menschen drin treffen, also ich habe wirklich Menschen, die sind sehr mental und skeptisch, so Denkertypen und da habe ich Menschen, die sind sehr spirituell und abgehoben und in irgendwelchen Sphären, aber die treffen sich alle im Körper und die treffen sich alle in ihren Emotionen und wenn man die runterholt in ihre Emotionen, dann fühlen die wirklich, was sie dachten, was sie transzendiert haben, was sie dachten, was wissenschaftlich nicht erklärbar existieren sollte, finden die dort wieder und das ist ihre eigene Menschlichkeit, ihr eigenes Potenzial, ihr eigenes menschliches Spektrum, was jetzt wirklich da leben darf für den Moment und dann auch integriert wird. Ja, ja, wie geht das? Wie machst du das? Wie kannst du Leuten den Zugang zu dieser Intelligenz geben, den sie im Alltag oder auch mit anderen Methoden vielleicht noch nicht gefunden haben? Also was, hast du das Gefühl, was fehlt oft Menschen, um überhaupt so tief in ihre vergangenen, defragmentierten Erfahrungen ranzukommen? Im Grunde genommen ist diese Intelligenz so mannigfaltig, dass sie sich in allen Dingen ausdrückt. Die Intelligenz, wie du ein Gespräch fühlst, wie du deinen Körper hältst, welches Bild du malst, welches Essen du essen willst, welchen Film du gucken willst, die Intelligenz drückt sich überall aus und deswegen ist der Zugang zur Intelligenz genauso mannigfaltig. Du kannst mit allen Ebenen zugreifen auf diese Intelligenz und ich glaube, das ist es, was auch der Schlüssel ist, um mit dieser Intelligenz zu arbeiten. Psychotherapie, du redest mit Menschen und du fängst an über Gespräche einen Selbstorganisierungsprozess zu verbringen. Physiotherapie, du fängst an, muskuläre Ketten auszugleichen und versuchst dem Körper sich auszugleichen. Hypnotherapie, du nimmst den Menschen auf eine innerliche Reise, wo er Dingen begegnet und so weiter. Osteopathie und so weiter. Also das sind alles Ansätze, die versuchen, mit dem Körper-Geist-System irgendwie in Kontakt zu kommen. Das Problem ist, dass die Vielfältigkeit und die Größe dieser Intelligenz nicht wirklich begreifen, sondern immer in einem Pfad bleiben. Weißt du, deswegen im Endeffekt keine dieser Methoden, selbst die Osteopathie, ist nicht emotionsfokussiert. Wir brauchen ein emotionszentrisches System, weil Emotionen genau an dieser Kante zwischen objektiver Wirklichkeit und subjektiver, individueller Wahrheit liegen und somit einen integralen Standpunkt bilden, um den Körper wirklich holistisch zu heilen. Dinge, die nicht Emotionen behandeln, sind nicht wirklich holistisch, muss man dazu sagen. Weil sie einfach diesen komplexen, dieses fundamentale Mechanismus der Seele aus Faktoren, der enormen körperlichen Effekte hat, wie ich vorhin gesagt habe, Stress und Verdrängung von Emotionen ist genau das Gleiche. Und deswegen hat es enorm viele von diesen negativen Effekten auf den Körper. Das heißt, der Körper speichert gewisse Erfahrungen in gewissen Bereichen der Faszie ab. Das heißt, Regionen des Körpers korrelieren mit verschiedenen Erlebnissen und Emotionen. Und das ist vielleicht am Anfang so ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn ich dich frage, dass ein Affekt ein Zuhause haben kann im Körper, dann frage ich, wenn du da skeptisch bist, dann frage ich dich, wo nimmst du denn Erregung wahr, wenn du erregt bist und wirklich Lust hast? Nimmst du das im Auge wahr? Nimmst du das in deinem kleinen Finger wahr? Nimmst du das in deinem kleinen Zeh wahr? Nein, du nimmst das in deinem Schritt wahr. Dort finden Erregung statt. Sexualität ist ein Affekt und Trauer ist ein Affekt. Wut ist ein Affekt, die auch ein emotionales Zuhause sozusagen haben. Sie finden, Trauer zum Beispiel findet meistens im Thorax statt. Dort haben wir die Lunge und dort haben wir das Herz. Sowieso zwei Organe, Herz, was man symbolisch, philosophisch vielleicht mit Trauer verbinden könnte. Aber ganz abgesehen von was philosophisch passen würde, befindet sich dort der Ventral-Vagale-Komplex. Beide dieser Organe werden vom Ventral-Vagale-Komplex innerviert. Bedeutet, der Ventrale-Vagale-Komplex wird auch Social Engagement Center genannt. Wird genannt, der Teil des Vagus-Nerves, der dafür für Kontakt und Verbindung zuständig ist. Was ist Trauer? Trauer ist das Empfinden des Verlustes einer Verbindung. Und somit hat Trauer sein Zuhause im Thorax, in den Thorax-Organ, Lunge und Herz. Und Wut sein Zuhause eher in der Leber, im Bauchraum. So haben verschiedene emotionale Effekte und Themen im Körper- Geist-Komplex ihr Zuhause und korrespondieren mit diesen Themen. Natürlich ist jeder Mensch individuell, hat eine individuelle Geschichte und es speichern sich Dinge unterschiedlich ab. Das bedeutet aber nicht, dass diese Themen immer komplett anders sind und dass sie sich komplett an anderen Themen abspeichern. Zum Beispiel wird in der Gebärmutter ganz, ganz häufig der weibliche Schatten, die Themen mit Weiblichkeit, die Themen mit der Mutter, die Themen mit wie stark und kräftig fühle ich mich in meiner Weiblichkeit, wie frei darf ich sein oder fühle ich mich unterdrückt und klein gehalten in der Weiblichkeit. Das wird zu 90% in meinen Kländen immer wieder in dieser Gebärmutter gespiegelt und so haben einfach verschiedene Funktionen die psychische Funktionen, die auch mit den physiologischen Funktionen der Organe verknüpft sind, eine Korrelation und diese Intelligenz zu verstehen und mit der heranzugehen erfordert eine komplett neue Herangehensweise an den Körper und an den Geist und wie wir psychische Themen behandeln, denn ein psychisches Thema ist nicht ein psychisches Thema, es ist ein ganz körperliches Symptom, wenn du eine Trauer hast, weil deine Freundin mit den Schluss gemacht hat, wenn du nervös bist, dass dein Boss dich feuert, wenn du in einen Streit mit deiner Mutter kommst, dann ist das kein emotionales Thema, das ist ein ganz verkörpertes Thema und je tiefer dieses Thema geht, so eher sind die körperlichen Manifestierung, warum ist das so, warum ist es so, dass ein Mensch körperlich Krankheiten manifestiert, weil du musst dir vorstellen, die Faszie in dem Bereich, die Versorgung des Organs und der Region, die Innervation, also die nervliche Anbindung und die Lymphe, die dort frei fließen will und den Abfall Abtransport gewährleistet, all diese Sachen sind in der Region, die mit dem Thema korrespondieren, ja angespannt und vermindert, bedeutet Inflammation passiert und so weiter, Inflammation, Spannung ist im Organ, weniger Blut und so weiter, habe ich ja alles schon erklärt und das bedeutet, dass, da muss man ganz kurz zurücksteuern, weil diese Sätze, die ich mache, einfach zu lang sind, was war mein Punkt jetzt einfach gerade? Also ich könnte auch gerne nochmal eine Rückfrage stellen, weil ich fand das interessant auch, wie man verstehen kann, ob das bei einem wirklich so ist, also Beispiel, ich habe Rückenschmerzen, liegt das jetzt dahin, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe oder weil sich da doch irgendwie emotional was festhält, also gibt es da eine Methode, wie ich auch herausfinden kann, ob das auf meine körperlichen Symptome vielleicht auch zutrifft? also man muss verstehen, der Körper hat immer chemische Einwirkung, mechanische Einwirkung und emotionale Einwirkung, immer, also du bist immer ein Körper, Geist, Seelen, System, das heißt, es gibt keine Krankheit, die keine chemischen Auswirkungen hat, es gibt keine Krankheit, die keine mechanischen Einwirkungen hat, es gibt keine Krankheit, die keine emotionalen Auswirkungen hat und somit ist jede Krankheit hat mit den Emotionen irgendwo verbunden, auf irgendeine Art, das lässt sich einfach nicht ausfaktoren, das würde ich sagen, die Frage ist, wie relevant sind die Emotionen? Grundsätzlich ist, was man aus dem osteopathischen System ableiten kann, wenn du in der Physiotherapie der Ansatz ist, ah, okay, guck mal, hier im Bauch ist Spannung und die Bauchmuskulatur ist nicht stark genug, ah, das wird wohl auf die Wirbelsäule hinten wirken und deswegen spannen wir die Bauchmuskeln jetzt mehr an und entlasten damit die Lendenwirbelsäulen, das wäre so der physiotherapeutische Ansatz, sehr simplistisch und nicht sehr effektiv, funktioniert manchmal, aber auch nicht wirklich immer, osteopathischer Ansatz ist organzentrisch, das heißt, die Osteopathen gucken in die Vissera, das bedeutet, sie gucken daran, welche Spannungsketten gehen von den Organen aus, also wie, woher kommt eine Spannung erstmal, kommt eine Spannung, weil ein Nerv eingeklemmt ist, kommt eine Spannung, weil ein Gelenk eingeklemmt ist oder kommt eine Spannung, weil ein Organ quasi unter Spannung ist und somit Druck und Zug über fasziale Ketten auslöst, die zum Beispiel wie bei der Blase und dem Rektum und der Gebärmutter an der L5 und L4 Lendenwirbelsäule ansetzen, die Faszialenketten übertragen die dort in Druck und Zug und entsteht dadurch quasi der Bandscheibenvorfall. Und da ist der osteopathische Ansatz, okay, wir entfernen die Spannung und mobilisieren quasi diese Organe, damit sie nicht mehr die Spannung tragen und dann ist ja alles schön und gut. Genau. Nein, leider nicht, denn viele Osteopathen sind nicht nur reine Strukturalisten, sondern viele gehen auch schon teilweise in die emotionale Richtung. Offiziell wird Osteopathie nicht mit praktischen emotionalen Tools eigentlich wirklich unterrichtet, aber der weitere Ansatz wäre folgender, das ist der integrierte Ansatz, den es heutzutage braucht. Die Zukunft der Medizin ist zu verstehen, dass die Organe Resonanzkörper sind für Emotionen, dass die Faszienhülle von verschiedenen Organen auf bestimmte emotionale Themen reagiert und dass die Organe sich dann aufgrund dieser emotionalen Themen verspannen und das bedeutet, dass wir tief, tief, tief in der Psyche gucken müssen. Wir müssen gucken, was hast du, was erlebst du jetzt, was hast du als Kind erlebt, was haben deine Eltern erlebt, was ist deine Geschichte und diese Geschichte, diese individuelle Geschichte spiegelt sich innerhalb der Organe wieder und erzeugt, da wo der Körper, da wo deine Kernwunde ist quasi, ist auch der Punkt, wo du dich nicht ausgleichen kannst. Das ist der Punkt, wo der Körper am meisten Schwierigkeiten hat, sich in Homöostase zurückzukennen, also in einen gesunden, regulierten Zustand zurückzubringen und deswegen tauchen die Symptome halt genau da auf, wo es halt in Verbindung mit unseren Kernwunden steht, wo halt der Körper die schwierigste Zeit hat, sich gegen Stress zu regulieren, gegen unsere Kernwunde, ist der Ort, wo wir am schwierigsten uns regulieren können und somit auch am schwierigsten Homöostase zurückkennen können, am schwierigsten und den Körper sich ausgleichen kann und das sind dann die Symptome, das sind die Orte, wo der Körper sich nicht ausgleichen kann. Da meldet sich dann der Körper. Ja, ich habe das an meinem eigenen Leib jetzt auch erfahren dürfen, bei mir war das mit dem Magen, ich erzähle dir einfach mal kurz die Geschichte und zwar habe ich da vor eineinhalb Jahren angefangen mit diesen Gastritis Symptomen, ich dachte so, hm, was ist das? Ja, ich esse gerne scharf, okay, ich esse jetzt einfach weniger scharf und dann ging das weiter und ist dann irgendwie intensiver geworden, dann war es irgendwann tagtäglich und war dann doch recht schmerzhaft auch zu Zeiten, dann bin ich zum Arzt, habe ich gesagt, was ist das? Ja, müssen wir Tabletten nehmen, hat irgendwie alles nichts gebracht, okay, machen wir eine Magenspiegelung, okay, ist eine Gastritis, also man hat schon die Gastritis feststellen können, das war dann für mich so, okay, naja, da ist ja eine Gastritis, also eine chronische Gastritis, klar, ist ja körperlich, sieht man ja, okay, dann habe ich da ewig rumgedoktert, Tabletten, alles möglich, zu irgendwelchen Ärzten gegangen, es hat einfach nichts, alles hat alles nichts gebracht, ich dachte, ich verzweifle, dann ist es einmal besser geworden und dann ist es aber wieder schlechter geworden, so, hey, ich habe da gar nichts geändert, war schon übelst verzweifelt und dann irgendwann bin ich darauf gekommen, nee, ich glaube, das ist wirklich psychisch, ich glaube, das muss irgendwas mit der Psyche zu tun haben, doch, ich bin überzeugt davon und als ich das gesagt habe, als ich gesagt habe, ich bin überzeugt davon, dass es psychisch ist, ist es auf einmal besser geworden, es ist auf einmal besser geworden, es ist auf einmal besser geworden und seitdem, also bei mir hat es viel mit Stress zu tun, das habe ich dann herausgefunden, dass mein Stress, also ich wusste zum Beispiel früher gar nicht, was Stress ist, ich weiß nicht, was Stress ist, keine Ahnung, wie fühlt sich Stress an, habe ich noch nie gefühlt, okay und jetzt merke ich ja so langsam, was Stress ist, ich erkenne, ich nehme Kontakt zu diesem Gefühl von Stress auf und gebe dem den Raum, auch dann Dinge zu tun, dass ich weniger Stress habe und seitdem heilt es und das hat mich überzeugt von dem allen, vielleicht würde mich interessieren, wie du das analysieren würdest oder ob du sowas schon mal gesehen hast. Also grundsätzlich dein Symptom ist Teil deines Wesens und wenn ich dich anschauen würde und wenn du bei mir Klient wirst und ich würde verstehen, du hast Gastritis, du hast ein Thema mit dem Magen, dann würde ich dir zuhören, genau wie ein Psychotherapeut dir zuhören würde und gleichzeitig dir zuhören auch wie ein Osteopath dir zuhören würde und zwar zu verstehen, dass dein Organsystem eine Sprache spricht und das und diese beiden Kanäle der Information zu nutzen und übereinander zu legen. Das heißt ich höre dir zu und ich höre dass du in einer gewissen Lebenssituation mit Stress belastet wirst. Aber Stress hat eine Frequenz. Wir alle haben Stress, aber Stress hat eine Frequenz. Stress von seiner Mutter mit seiner Mutter zu streiten ist eine andere Frequenz als wenn jemand mit dir Schluss macht. Wenn jemand mit dir Schluss macht, ist eine andere Frequenz als wenn dein Boss, dein Chef dich feuert und somit haben verschiedene Arten von Stress andere Auswirkungen auf den Körper. Die Art von Stress die du im Magen beschreibst geht in die Richtung dass du zu sehr versucht hast dein Geist über deinen Körper zu stellen deine Ratio über deinen Körper zu stellen und zu sehr versucht hast Dinge zu kontrollieren und zu rationalisieren. Meistens steckt darunter eine Emotion von hilflos hilflosigkeit von Kontrollverlust Scham und so weiter und das hilft mir jetzt zu verstehen genau wo im Leben diese Frequenz von Stress stattgefunden hat die halt auf den Magen reagiert. Ja doch das trifft sehr gut und ich habe den Bereich auch schon identifiziert und ich arbeite jetzt daran und es fühlt sich wirklich an als ob ich jetzt gerade nicht nur körperlich heile sondern auch geistig und das hat mir dann auch wieder so diese Parallelen gezeigt und von da möchte ich auch noch auf die nächste Frage übergehen und zwar es wäre ja so einfach wäre ja so einfach wir haben hier ein Problem und jetzt schauen wir uns das einfach mal an es müssen ja hier irgendwie Traumata in mir drin liegen irgendwelche emotionalen Blockaden oder so aber man hat ja jahrelang konditionierte Schutzschichten hier in sich drin unser Verstand hat halt so eine Festung aufgebaut und wie machst du das jetzt in deiner Arbeit oder auch bei dir selbst also wie kommt man an diesen Schutzschichten eigentlich vorbei wie kann man muss man die einfach weg sprengen oder was solltest du sagen ja das ist natürlich eine der wichtigsten Komponenten dieser Arbeit die du da stellst ist wirklich diese Schutzmechanismen die inneren Beschützer und die Verdrehungsmechanismen des Körpers zu an denen vorbeizugehen dabei ist wichtig zu verstehen dass die meisten Menschen haben ja einen simplistischen Ansatz und wollen irgendwie weg von Krankheit hin zur Gesundheit weg von Schmerz hin zu was gutem also weniger negativ mehr positiv und das führt auch dazu dass wir dieses Verhältnis mit diesen Beschützern halt auch haben dass wir anfangen zu sagen Beschützer weg Heilung her so läuft es aber nicht denn ein System was nicht im Krieg mit sich ist ist nicht ein System was keine Beschützer hat sondern ein System was liebevoll mit seinen Beschützern umgehen kann was seine Beschützern annehmen kann was seine Schutzschichten annehmen kann das ist ein System was im Frieden ist das heißt das Geheimnis ist natürlich dann liebevoll mit diesen Schutzmechanismen umzugehen und gleichzeitig kann man aber auch eine gewisse Intensität im Körper aufbauen über die Druckpunkte im Körper die wir benutzen also die Techniken an den Organen die Techniken am Körper zu verwenden um den Menschen mit dem verdrängten Material in Kontakt zu bringen so dass ein Beschützer ihn nicht davon abhalten kann während man gleichzeitig den Beschützer liebevoll mit ihm umgibt und ihn vielleicht sogar fragt ob er zur Seite treten möchte da gibt es verschiedene Ansätze um damit umzugehen genau aber grundsätzlich ist es gar nicht so ein großes Problem weil der Körper lässt auch nur so viel zu wie er zulassen möchte ein Beschützer ist ein unglaublich wichtiger Ally in unserer Arbeit wir brauchen den Beschützer weil ohne den Beschützer kann es auch sein dass der Mensch komplett auseinander fällt und psychotisch wird der Beschützer ist der Mechanismus im Körpersystem der uns ja auch beschützt hat so lange das heißt ein Trauma ist immer erfolgreich ein Trauma ist ein erfolgreicher Mechanismus wäre ein Trauma nicht erfolgreich dann sind wir in der Psychose das heißt Trauma ist der Mechanismus des Traumas ist was wunderbares eine Bremse es ist eine Bremse zur menschlichen Erfahrung wir müssen einfach verstehen und eine Beziehung finden mit Gas und Bremse anstatt nur auf Gas zu drücken jetzt nur noch Vollgas und ich brauche keine Bremse noch du brauchst Bremse im Auto richtig genauso brauchst du deine Beschützer jetzt kommen wir mal zur letzten Frage und zwar ist es das was ich auch bei mir und was viele bestimmt bei sich beobachten man heilt etwas in sich man macht einen emotional release oder man erfährt neue Dinge über sich oder was weiß ich und auf einmal denkt man ich bin geheilt es ist vorbei wow ich bin ich bin fertig es ist geschafft oder so und dann fühlt sich das auch wirklich so an für eine Weile aber irgendwann kommt dann doch wieder irgendwas anderes was Neues also so merke ich es bei mir zum Beispiel ich habe letztes Jahr ich habe so zwischen September und Dezember ich habe so viele Sachen erlebt ich habe ein paar ich habe ein dunkler Retreat gemacht ich habe eine MDMA-Therapie gemacht so eine Therapie ich habe so krass so viel gemacht und es hat sich so viel bewegt und so viel habe die Beziehung zu meiner Mutter wow auf so eine Weise geheilt wie ich es davor noch nie hatte und gerade fühlt sich so voll so an wie ich bin so geheilt ich bin gerade voll auf so boah ja ist alles nice wow aber ich weiß trotzdem dass das Bullshit ist also dass es einfach illusorisch ist dass irgendwann kommt halt wieder was und es darf dann auch wieder kommen weil das sehe ich auch dass manche denken sie sind jetzt wirklich geheilt und jetzt müssen sie andere heilen und so das ist schon gefährlich finde ich ich glaube wir haben einen seltsamen Zugang zu wie wir mit Heilung umgehen Heilung ist ja wenn wir ich finde auch die Sicht dass Traumata einfach nur der Kern der Sache sind auch schwierig weil dann ist der Gedanke ja ich muss ja dieses Erlebnis heilen ich muss ja Traumata heilen und so weiter ich sehe es eher als eine Kernwunde und das ist eine eine Dysfunktion eine Kerndysfunktion ein Aspekt deiner selbst der von Anfang an nicht integriert wird das kann man wirklich pränatal schon auch beobachten dass das stattfindet im Mutterleib dass sich dann auch einfach diese Wunde weiter trägt in der Kindheit und dann auch im Erwachsenen Leben also das quasi die Ursache liegt nicht in der Kindheit es liegt auch nicht im Pränatal sondern es gibt keine Ursache sondern es ist ein ein entfaltendes Intelligenz diese Wunde die halt in diesen mehreren Ebenen auftaucht und sich verbreitet aber und genau wenn man das betrachtet dann versteht man auch die die wie existenziell diese Wunde ist diese Kernwunde über die ich rede weil sie formt den Kern deiner Identität das was du glaubst zu sein deine Realitätskonzepte dein Selbstkonzept wer du bist für andere wer du glaubst sein zu müssen dein ganzes Ego wird quasi von dieser Kernwunde gespeist und ich glaube wenn wir das so betrachten dann ist es immer eine Zwiebelschicht dieser Kernwunde die halt weiter exploriert wird und ja dann können wir kurz in dieses Gefühl kommen von ja ich bin jetzt geheilt ich bin jetzt so und so in dem Moment bist du auch geheilt du bist in Kontakt mit einem geheilten Teil von dir aber du bist halt mehrere Schichten also es halt immer wieder zurückkommen und diesen Weitsicht zu haben das Leben bleibt ein Hoch und Runter ein Auf und Ab zwischen verschiedenen Polaritäten verschiedenen Schwierigkeiten und du bist halt und du bist halt jetzt flexibler und hast mehr Kapazität mit diesem mit dem zu tanzen das heißt nicht dass die Wellen dann aufhören so das denken wir dann immer sondern das heißt dass wir einfach besser mit den Wellen tanzen können und das darum geht es diesen Tanz zu lernen das habe ich eben letzt mit einem Kunden von mir da habe ich auch so ein bisschen erzählt so wie das letztes Jahr bei mir war und er hat gefragt ja wie habe ich das durchgehalten oder wie war das für mich und ich habe gesagt hey es war nicht schön aber weißt du was trotzdem mich am Leben gehalten hat oder so das Vertrauen dass es auch wieder hoch geht also einfach dieses tiefe Vertrauen ja es geht irgendwann halt wieder hoch das hat mein Leben mal bisher gezeigt und dieses Vertrauen ich glaube das dürfen wir auf jeden Fall alle mehr haben und das versuche ich es ist nicht einfach das zu haben und ja das ist schön hey und David ich danke dir vielmals auch für das Gespräch bis hierhin es hat mir echt oder jetzt sind wir nämlich am Ende es hat mir super viel Spaß gemacht ich habe viel gelernt ich habe eigentlich noch übelst viele Fragen gehabt aber vielleicht können wir die mal anders nochmal machen ich hätte nämlich jetzt gerne noch Psychidee gar noch ganz viel bearbeitet also das machen wir dann mal anders ja ja ey danke hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht hier zu sein ich habe das Gefühl wir haben erfolgreich ein Portal geöffnet ich war auf jeden Fall drin ich habe es gefühlt und danke dass du das aus mir rausgeholt hast danke für diesen Dialog hey und herzlich willkommen zurück ich hoffe du hast einiges lernen können ich auf jeden Fall für mich war es ein tolles Gespräch ich hätte gerne noch länger mit ihm gesprochen aber er musste leider in ein anderes Gespräch weiter aber das können wir in der Zukunft einmal nachholen ich finde es so wichtig sich mit Emotionen überhaupt auseinanderzusetzen wenn wir uns auch für Psychedelika interessieren also wir können jetzt nicht einfach sagen ich möchte mein Leben verbessern dann nehme ich Psychedelika und dann wird alles besser nee es ist immer ein Veränderungsprozess der da hinten ablaufen muss genauso wie bei uns in den Retreats legen wir besonders Fokus auf den Prozess und nicht auf die Erfahrung deswegen gehen bei uns die Retreats inzwischen immer 8 Wochen das heißt wir haben davor 3 Wochen und nach dem Retreat knapp 5 Wochen insgesamt 8 Wochen also online und offline wie am Anfang schon gesagt wenn du dich für unsere Retreats interessierst und vor allem auch für unser neues 5-tägiges Experten oder fortgeschrittenen Retreat Konzept dann schau bei uns auf der Website vorbei saturnsetting-retreat.com und trag dich bei uns gerne für ein Gespräch ein wenn du dich anmelden möchtest Anfang April 5. April ist unser nächstes 5-tägiges und es finden auch regelmäßig 3- und 4-tägige statt okay ja das ist doch hier schön ich glaube wir haben eine runde Sache hier jetzt abgerundet eine runde Sache abgerundet ich glaube ich muss mich wieder hinlegen okay ich wünsche dir noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal bis seturnsetting dein Jascha und ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020